Herzlich willkommen im Relevant AI Deep Dive. Heute sprechen wir über ein besonders relevantes Thema für alle, die Online-Informationen suchen. Und ja, wer macht das heutzutage nicht? Es geht um einen Trend, der sich immer rasanter entwickelt. KI-Modelle wie ChatGPT oder Gemini werden zunehmend zur Informationssuche genutzt, fast schon wie die klassischen Suchmaschinen. Genau. Dieser Wandel bringt eine ganz neue Herausforderung mit sich, die KI-Reputation. Es geht darum, wie Unternehmen und Personen von KI-Modellen dargestellt werden. Stimmt. Und um diese neue Welt besser zu verstehen, befassen wir uns heute mit einem spannenden Artikel von Mirko Appel, einem KI-Experten in den Bereichen Marketing, Unternehmenskommunikation und PR. Er beschreibt, wie man mit Gajo die eigene Reputation in KI-Modellen optimieren kann. Das klingt super spannend. Mirko Appel vergleicht Gajo ja auch mit SEO, also der klassischen Suchmaschinenoptimierung, nur eben für die KI-Welt. Ja, genau. Während SEO darauf abzielt, in Google gut zu renken, kümmert sich Gajo darum, wie wir in den Antworten von ChatGPT präsentiert werden. Aber warum ist das jetzt so wichtig? Reicht es nicht, wenn man bei Google gut rankt? Naja, die Zahlen sprechen für sich. ChatGPT hat bereits über 200 Millionen Nutzer monatlich. Und auch andere KI-Tools werden immer beliebter. Das heißt, immer mehr Menschen beziehen ihre Informationen direkt aus diesen Quellen. Heißt das, die klassische Google-Suche wird bald irrelevant? So weit würde ich nicht gehen. Aber es ist klar, dass KI-Modelle die Art und Weise, wie wir suchen und Informationen finden, grundlegend verändern. Und deshalb ist es eben so wichtig, sich mit Gajo auseinanderzusetzen. Okay, lasst uns nochmal einen Schritt zurückgehen. Was genau ist eigentlich KI-Reputation und was bedeutet das also für jeden Einzelnen von uns oder Unternehmen? KI-Reputation beschreibt, wie ein KI-Modell ein Unternehmen oder eine Person darstellt, welche Informationen es liefert, welches Bild es zeichnet, welchen Gesamteindruck es vermittelt. Also quasi der erste Eindruck, den man durch die KI von einem Unternehmen oder einer Person bekommt. Ja, genau. Und dieser erste Eindruck ist entscheidend. Denn was passiert, wenn die KI falsche oder veraltete Informationen liefert? Hm, das klingt nicht gut. Verunsicherte Kunden, Image-Schäden. Der Super-GAU für jedes Unternehmen. Richtig. Eine negative KI-Reputation kann enorme Auswirkungen haben. Vor allem, weil die Informationen von der KI als objektiv wahrgenommen werden. Zum Glück hat Mirko Appel ja ein paar Tipps parat, wie man seine KI-Reputation aktiv gestalten kann. Genau. In seinem Artikel beschreibt er die Gajo-Strategie als ein dreistufiges Modell. Analyse, Monitoring und Gegenmaßnahmen. Das klingt ja schon mal nach einem guten Plan. Lass uns diese drei Schritte mal genauer unter die Lupe nehmen. Was genau passiert denn bei der Analyse? Im ersten Schritt geht es darum, den Status quo zu erfassen. Man testet verschiedene KI-Modelle, gibt Fragen ein, die potenzielle Kunden stellen könnten und analysiert die Antworten. Zum Beispiel, was macht eine bestimmte Firma und welche Produkte bietet sie in diesem Bereich an? Genau. So bekommt man ein Gefühl dafür, wie die KI das Unternehmen wahrnimmt und ob es Unstimmigkeiten oder Lücken gibt. Ah ja. Man spielt quasi Sherlock Holmes und versucht die Denkweise der KI zu entschlüsseln. Und anhand dieser Erkenntnisse kann man dann im nächsten Schritt, dem Monitoring, die weitere Entwicklung im Auge behalten. Das heißt, man muss die KI-Modelle und ihre Antworten kontinuierlich überwachen. Klingt ganz schön aufwendig. Ja, das stimmt. Mirko Appel empfiehlt da auch spezielle Tools. Er erwähnt zum Beispiel N8N. Ein Low-Code-Workflow-Automatisierungstool. Damit kann man die Kommunikation mit KI-Modellen automatisieren und auch Alerts einrichten. Aha. Also quasi ein Frühwarnsystem, das Alarm schlägt, wenn die KI anfängt, Unsinn über mein Unternehmen zu erzählen. Im Prinzip ja. Und im letzten Schritt, den Gegenmaßnahmen, geht es dann darum, gezielt einzugreifen und die KI-Reputation positiv zu beeinflussen. Okay. Aber welche konkreten Maßnahmen schlägt Mirko Appel denn vor? Zum Beispiel das gezielte Ausschließen veralteter Beiträge und die Verbesserung der technischen Zugänglichkeit für KI-Crawler, das Veröffentlichen von Klarstellungen bei Namensverwechslungen oder als letztes auch rechtliche Schritte. Wow. Da gibt es ja einiges zu beachten. Aber lasst uns das gleich im Detail besprechen. Mirko Appel beschreibt ja auch einige typische Risiken, die durch KI-gesteuerte Informationssuche entstehen. Hast du da ein paar Beispiele? Ja, klar. Mirko Appel nennt in seinem Artikel zum Beispiel den Fall, dass eine KI einen bekannten CEO fälschlicherweise mit einem ehemaligen Arbeitgeber verknüpft. Oder stellen sie sich vor, Produkte und Dienstleistungen werden von der KI als weniger relevant dargestellt, weil sie auf veraltete Daten zugreift. Oh je, das kann richtig ärgerlich sein, wenn jahrelange Arbeit plötzlich durch eine KI entwertet wird. Oh ja, sehr. Und es gibt auch noch das Problem der Verwechslungsgefahr, wenn Unternehmen oder Personen mit ähnlichen Namen von der KI nicht richtig auseinandergehalten werden können. Das kann ich mir vorstellen, gerade bei häufigen Namen oder Firmen mit ähnlichen Bezeichnungen. Gibt es denn noch weitere Risiken, die Mirko Appel in seinem Artikel beschreibt? Er erwähnt ja auch das schlechte Ranking als Problem. Wenn ein Unternehmen in den klassischen Suchmaschinen nicht gut platziert ist, wird es wahrscheinlich auch in den Ergebnissen der KI-Modelle nicht weit oben auftauchen. Absolut. Da spreche ich dir zu. Aber bevor wir uns jetzt in Panik versetzen, lass uns lieber nochmal einen genaueren Blick auf die GAIO-Strategie werfen. Du hast ja vorhin die drei Schritte Analyse, Monitoring und Gegenmaßnahmen erwähnt. Hast du vielleicht ein konkretes Beispiel, wie diese Schritte in der Praxis aussehen könnten? Gerne. Stellen wir uns vor, Sie sind Marketing-Chef eines großen Automobilherstellers und haben gerade ein neues Elektroauto mit innovativer Batterietechnologie auf den Markt gebracht. Jetzt möchten Sie natürlich sicherstellen, dass die KI-Modelle dieses neue Auto korrekt darstellen und die Vorteile der neuen Batterietechnologie hervorheben. Genau. Sie würden also mit einer Analyse beginnen und dabei verschiedene Fragen in Chat-GPT, Gemini, Perplexity, Copilot und Co. eingeben, um herauszufinden, wie die KI auf diese Fragen antworten. Zum Beispiel, welche Elektroautos gibt es? Oder was ist die neueste Batterietechnologie? Dann analysieren Sie, ob Ihr neues Auto in den Antworten überhaupt auftaucht und ob die Informationen stimmen. Sobald Sie einen guten Überblick haben, kommt das Monitoring ins Spiel. Dazu könnten Sie jemanden beauftragen oder Sie automatisieren das Monitoring mit KI-Unterstützung. Sie können also einen KI-Agenten einsetzen, um die Antworten anderer KI-Modelle im Blick zu behalten. Dieser Agent scannt dann regelmäßig die Antworten. Also wie in unserem Beispiel Fragen, die mit Ihrem neuen Auto und der Batterietechnologie zusammenhängen. Aha. Und wenn der KI-Agent feststellt, dass eine KI falsche oder kritische Infos liefert, schlägt er Alarm, oder? Genau. Und dann können Sie gezielt Gegenmaßnahmen ergreifen. In diesem Fall würden Sie wahrscheinlich die Pressemitteilung zu Ihrem neuen Auto nochmal überarbeiten und die Informationen zur Batterietechnologie prominent hervorheben. Und diese aktualisierte Pressemitteilung würde ich dann auf meiner Website und anderen für die KI gut rankenden Seiten veröffentlichen. Genau. Außerdem könnten Sie Blogartikel und andere Inhalte veröffentlichen, die die neue Batterietechnologie erklären und ihre Vorteile für die Kunden darstellen. Ah ja. Alle Inhalte sollten vermutlich so optimiert sein, dass sie von der KI leicht gefunden und gelesen werden können. Quasi wie beim klassischen SEO. Ganz genau. Das ist ein wichtiger Punkt, den Mirko Appel in seinem Artikel auch betont. Okay, super. Ich denke, ich verstehe jetzt schon viel besser, wie man GAIO in der Praxis anwenden kann. Aber sag mal, ist das nicht alles ziemlich aufwendig? Lohnt sich dieser Aufwand überhaupt? Ja, es ist schon ein gewisser Aufwand. Aber dieser Aufwand lohnt sich. Denn die KI-Reputation wird immer wichtiger. Es ist quasi eine Investition in die Zukunft. Hm. Also, je früher man sich mit seiner eigenen KI-Reputation auseinandersetzt, desto besser. Absolut. Vorbeugen ist immer besser als heilen. Okay. Das klingt alles sehr strategisch und planvoll. Aber was ist denn mit dem Faktor Mensch? Können wir die KI-Modelle überhaupt kontrollieren? Mirko Appel schreibt ja auch, dass das gelernte Wissen der KI, also die Informationen aus älteren Trainingsdaten, nicht mehr beeinflusst werden können. Das ist ein wichtiger Punkt. Dieses gelernte Wissen ist tatsächlich eine große Herausforderung. Es ist, als ob die KI bereits eine vorgefertigte Meinung hat, die wir nur schwer ändern können. Das heißt, es ist wichtig, von Anfang an darauf zu achten, dass die KI mit korrekten und positiven Informationen über mein Unternehmen gefüttert wird. Richtig. Und das erreicht man am besten durch öffentlich zugängliche und präzise Inhalte, die die KI leicht finden und verstehen kann. Website-Texte, Blogartikel, Pressemitteilungen, Social-Media-Posts. Alles, was die KI über ein Unternehmen lernen kann, sollte stimmig und aktuell sein. Es ist viel schwieriger, falsche Informationen aus der Welt zu schaffen, die die KI sich schon eingeprägt hat. Ah ja, das leuchtet ein. Man muss die KI quasi von Anfang an in die richtige Richtung lenken. Wie bei einem Kind, das man erzieht und bei dem man verhindern will, dass es schlechte Angewohnheiten entwickelt. Aber was mich noch interessieren würde, gibt es eigentlich Beispiele dafür, wie Unternehmen Gajo erfolgreich einsetzen, also um ihre Reputation zu verbessern. Leider gibt es dazu noch nicht viele Informationen. AI Reputation Management ist ja noch ein relativ junges Konzept und viele Unternehmen stecken da vermutlich noch in der Experimentierphase. Ah, verstehe. Sicher werden wir in Zukunft noch mehr zu Gajo-Strategien hören. Künstliche Intelligenz wird ja immer präsenter in unserem Leben. Absolut. KI ist definitiv ein Megathema, das uns noch lange beschäftigen wird. Apropos Zukunft. Mirko Appel schreibt ja in seinem Artikel, dass es wahrscheinlich bald spezielle Gajo-Tools geben wird. Wie könnten diese Tools deiner Meinung nach aussehen? Spannende Frage. Ich könnte mir vorstellen, dass es spezielle Software geben wird, die die KI-Reputation eines Unternehmens automatisch analysiert und überwacht. So eine Art Gajo-Dashboard, also wo man alle wichtigen Informationen auf einen Blick sieht. Auf diesem Dashboard könnte man dann sehen, welche Informationen die KI-Modelle über das Unternehmen liefern, ob es positive oder negative Darstellungen gibt und wo es eventuell Handlungsbedarf gibt. Das ist durchaus denkbar. Solche Tools könnten uns viel Zeit und Arbeit sparen und uns helfen, unsere KI-Reputation effektiver zu managen. Klingt fast so, als könnten uns diese Tools bald die Arbeit abnehmen. Glaubst du, dass Kommunikations- und Marketing-Experten bald überflüssig werden? Nein, das glaube ich nicht. Diese Tools können uns sicherlich viel Arbeit abnehmen und uns wertvolle Einblicke liefern. Aber am Ende des Tages braucht es immer noch den Faktor Mensch. Weil es eben nicht nur darum geht, die KI mit Informationen zu füttern, sondern eine ganzheitliche KI-Kommunikationsstrategie zu entwickeln. Eine Strategie, die zum Unternehmen und seinen Zielen passt. Und dafür braucht es menschliche Expertise, Kreativität und strategisches Denken. Verstehe. AI-Reputation-Management ist also nicht nur ein technisches Thema, sondern auch ein strategisches. Absolut. Und ich denke, die Bedeutung von Gagio wird in Zukunft noch weiter zunehmen. Denn die KI wird immer präsenter in unserem Leben. Sie wird immer mehr Bereiche beeinflussen. Von der Art und Weise, wie wir einkaufen, bis hin zu der Art und Weise, wie wir uns informieren. Absolut. Und auch ein gutes Schlusswort. Vielen Dank für deine Expertise und die spannenden Einblicke. Sehr gerne. Und natürlich vielen Dank an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie wieder mit dabei waren bei unserem Relevant AI Deep Dive. Wir hoffen, Sie haben heute einiges Neues über KI-Reputation und die Gagio-Strategie gelernt. Und vielleicht denken Sie ja beim nächsten Mal, wenn Sie ChatGPT oder ein anderes KI-Tool benutzen, auch an die Tipps von Mirko Appel. Bis zum nächsten Mal.